Ausgepackt ein Buch von Schülern für Schüler. Hi, ich bin Leon. Ich besuche die 10. Klasse und ich bin Klassenbester. Aber mein Berufswunsch ist Schauspieler. Hallo, ich bin Emma. Ich gehe in die 10. Klasse und mein Notendurchschnitt liegt zwischen 3 und 4. Ich will später Erzieherin werden. Das einzige Problem sind meine Noten. Ich möchte einen relativ guten Abschluss, damit ich im Kindergarten meine Ausbildung machen kann. Ähm, aber als Erzieher verdient man nicht so gut. Was willst du denn? Ich kann das alles erklären. Nein, sorry. Will mich Emma wohl wieder bloßstellen oder warum kommt sie auf mich zu? Hey Kleiner, ich gehe jetzt eine rauchen. Wenn du mitgehst, könnten wir gleich über unsere Hausarbeit quatschen. Ich kann sowas nicht. Ich habe Angst vor Präsentationen. Du hast vor 40 Menschen gestanden und hast probiert, ihnen deine Gedanken und Gefühle durch deine Worte mitzuteilen. Was? Morgen schon? Fuck, das habe ich ja komplett vergessen. Ich stehe heute vor euch, um meiner guten Freundin Emma bei einer ihrer Ängste zu helfen. Sie fürchtet sich vor einer größeren Gruppe von Personen zu sprechen. Und ich möchte heute beweisen, dass das gar nicht so schwer sein kann, wenn man ein paar Dinge beachtet.